Wollen wir das wirklich? Das weiß ich noch nicht so genau. So, jetzt müssen wir hier irgendwie das Geheimnis lüften. Irgendwie habe ich das Geheimnis gelüftet gerade. Irgendwie habe ich es gelüftet. Der kleine König verbeugt sich. Willkommen in meinem Reich! Sterbe ich. Nur weniger erreicht die Tür und dafür lobe ich euch. Und jetzt, wo ihr in der Festung der Feen seid, solltet ihr wissen, dass nur wenige wieder zurückkehren. Dieses Quark, die es gewagt haben, einzutreten, aha. An meiner Tür klopft ihr, um Magie zu finden. Ihr hattet sie schon immer. Ihr müsst nur wissen, wo ihr in euch suchen müsst. Manche erzähle ich das und sie finden sie immer noch nicht. Obwohl direkt vor der Nase liegen. Die einfache Ranger von euch sind nun Jäger. Und ihr anderen Jagdhelfer könnt ihr euch nennen. Schlau sind sie. Klopfen an meine Flöhrer. Habe ich natürlich nicht verstanden. Flöte. So, so. Johann. Er will also die Feenflöte. Hm. Das überrascht mich. Gar nicht. Dafür würde dieser Feiglinge hier nicht sehr hinkommen. Aber die Flöte wird euch etwas kosten. Alle Verpflegung, die ihr bei euch habt. Natürlich habt ihr köstliche Nahrung da unten. Falls ihr eure Rucksäcke wieder aufhören wollt. Ich hatte 17 Nahrung. Willst du mich verarschen, Herr König? Ich hatte 17 Nahrung. So. Also hier kommen wir jetzt nicht einfach so wieder raus anscheinend. Was ist hier? Wenn ich darauf drücke, schläf ich dann? Nein. Okay. Schläf ich jetzt? Nein. Schläf ich jetzt? Nicht gestorben. Äh, da war doch noch so ein Mittelgang. Kann ich nicht da nochmal hin? Bitte. Hilfe. Hilfe. Ich habe einen Apfel wieder zurückbekommen. Ich hasse den fehlenden König jetzt schon. Besucht den Stein. Das haben wir. Beschafft eure Pläne jetzt nur. Aha. Geht über die Teleporter. Ja. Bringt in der Torale Forst eine Fehnflöte. Okay. Wir müssen jetzt auf Forrester nach. Da schauen wir, wenn wir... Ah, ja, ja. Und wir müssen hier noch irgendwo die Statue ablegen. Ja! Schönen Abos snacken. Wo soll er denn jetzt den her? Irgendwo? Sind sie doch noch? Viecher. Ah, ja. Nur ein Kapsel. Ding hat hier. Perfekt nichts, ne? Das ist eine Geheimtür. Geheim, geheim, geheim. Auch geheim. Loot, loot, loot. Sehr. Ganz nett, aber unnütz. Ich sag mal so, den Fehn könnte ich jetzt verreichen. Wie sehen wir? Draußen die Monster wiederum. Super schwer. Das hier? Da ist der Ausgang wahrscheinlich. Ähm. Ein bisschen erinnere ich mich auch gerade hier an die Gegend, ne? Ganz nett. Aber unnütz. Der Geschick... Geschicklichkeitsring? Kann sie doch gut tragen. Macht sich doch gut an ihr, denke ich. Hm. Jetzt müssen wir hier hin. Mal da raufdrücken. Hey, da ist abgeschlossen! Da ist abgeschlossen, Alter. Wo ist denn der Schlüssel, Alter? Also müssen wir noch hier irgendwie den Schlüssel finden, würde ich sagen. Oder habe ich den in meinem Blutwahnsinn irgendwie... ...irgendwie einen Annahmen... Ist verschlossen. Hey, da ist abgeschlossen! Wir brauchen den Schlüssel. Ja, den wohl irgendwie. Den Schlüssel, okay. Braucht halt nicht mal stoppen für diese Viecher. Er ist halt einfach so. Ganz nett. Aber unnütz. Geistesresistent. Äh... Was kann... Hab's schon! Keine Ahnung. Gut, Luke. Ganz nett. Aber unnütz. Was hier? Erfrischend. Das ist nur erfrischend. Ganz nett. Aber unnütz. Äh... Okay, jetzt müssen wir hier noch irgendwie weiter rauskommen. Aber... Wie? Warum kommt man jetzt hier nicht noch weiter raus? Oder hat sich hier noch was anderes geöffnet? Äh... Nein. Äh... Und da kommt es hier auch nicht. Da auch nicht. Da muss man hier wieder eine Geheimtür öffnen. Oh, die ich wieder nicht sehe mit meinem sechsten Sinn. Leider nicht. Hier vielleicht. Auch nicht. Weil ich kann... Es muss doch hier irgendwo der Ausgang sein. Wo soll er denn sonst sein? Werd ich jetzt mal. Äh... Da ist er ja auch nirgends wo. Hier war auch kein Hebel oder so, ne? Nö, irgendwie nicht. Ähm... Es kann natürlich sein... Dass ich durch den Schlüssel noch hier irgendwo anders was geöffnet hat, vielleicht. Äh... Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ist es safe jetzt so, ne? Hier hinten ist halt auch nix mehr. Von dir komme ich halt, ne? Das ist halt... Äh... 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 Ja, das ist der Fahrstuhl. Lass mich mal nebenbei kurz die Karte öffnen. Kann ich mir mal angucken. Ach ja, ach ja, ach ja. Oh. Uranische... Wat auch immer. Forest. Feen. Fähen. Königshügel. Typen. Fähen. Äh... Da sind wir noch gar nicht... Da sind wir noch in Eveliri. I've lie. Diese Drachen fliegen. Das sind aber keine Abstammung irgendwie von den... von den... Feen, oder? Ja. Fähen. 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 Taktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktakt sicher kein ausgang wie komme ich jetzt hier wieder raus ich will raus ich will raus ich will raus ich weiß nicht also ganz am anfang wird es auch nicht sein ich sehe halt jetzt das hier das ist die karte die haben wir aber schon alles erkannt hier den geheimraum hier unten haben wir geöffnet und sonst sicherheit auch nix wo hier der ausgang sein oder eingang oder was auch immer noch mal zurück da bist du schon ganz jetzt ist wieder ausgang musste halt auch drauf kommen so nichtsdestotrotz müssen wir noch eine sache nachgucken wir müssen jetzt gezielt nämlich zu dem altar gehen statt der altar trüden aufgabe ist ok und wir müssen auch noch statuen quest machen hier ist auf einer insel da müssen wir uns dann wohl freikämpfen das nützt alles nichts also weiter wiederum finden wir so eine landspitze ich will mich da nicht durchsteppen ok äh du kriegst alle kriegen feuerauber auf ihrem bogen zumindest du fängst an was ist gemacht nicht genug wir haben keine zauberkonten mehr dann knacken wir ne runde bloß ne stunde und jetzt kannst du aber denn wir haben nicht geknackt so lost wieder ja ähm kannst du eigentlich das magische Auge an du kannst du kannst dann kannst du wieder feuerauber aus deinem eigenen Reffenheim dann machst du noch mal schild an du machst du machst segen du machst feuerauber auf biere waffen und dann noch mal feuerauber auf nein schuld 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 und ganz klassische um gespeichert und jetzt geht das da auch gleich ran sobald du dir mit dem schauberstab willst ich kriege das blau hau rein ne die grünen gehen halt Ich kann mal einen ganz entspann machen auf jeden Fall. Gehörter. Gehörnte Wieser. Ist das nochmal ne Nummer stärker vielleicht? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich. Hab ich noch Bewahrung drauf, ja. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich zählt. Hilfe! Nur ein Kratzer. Schöne Heilung rein. Boah, das geht aber auch gar nicht mehr um. Jaaaa! Nice! So gut. Hm. Mit dem Blauen hab ich immer noch ein bisschen Respekt. Die sollen mich nicht irgendwie auf einmal komplett blauen machen. So wie jetzt. Sind die jetzt zu schnell rangekommen? Geht das jetzt ne Auferstehung zu machen? Oder gehen die eh gleich wieder drauf? Wie er auch guckt. So, ich hab gar keinen Bock mehr nach Gewicht. Schöne Heilung draufballern. Sogar ne schwäche Heilung. Und. Regeneration. Und nochmal ne Heilung. Jetzt siehst du doch wieder top fit aus. Und wir haben es ja auch gleich geschafft hier. Sehr nice. Ohhhh, das war gut. Das war sehr gut. War das schon alles? Das war bei Weitem noch nicht alles. Boah, wieder so ein Blauen, ne? Nein! Das war direkt der allererste Schlag, der ihn umgebracht hat. Komm. Schwäche heilen. Aber wie krieg ich die denn jetzt hochgeheilt? Au! Ist der nur ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. Wie krieg ich den denn jetzt hochgeheilt? Äh. Bestimmt so zwei, drei, vier, fünf mal Heilung drauf oder so. So. Stimmt. Und nochmal ne Regeneration und alles. Noch, noch zwei. Zwei Heilungen würde ich da schon. Und auf unsere. Und dann. Kampfmagie auf jeden Fall auch. Ja. Äh. 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 So ist das doch gut. Spiel gespellen rot. Mal gucken, ob es langt. Jetzt einfach nur den Bogen durchzuballern. Mal gucken, ob es langt. Ich dachte, man schafft es mal kurz. Aber. No way. Genau den gleichen nochmal. Das kann ja gar nicht sein. Ja. Komm. Hebe ihn noch einmal auf. Dann knacken wir ne Runde. Würde ich sagen. Muss natürlich auch den Stopp draus machen. Knacken. Oh. Hey, ich hab Hunger. Nicht genügend Nahrung. Schade, schade, schade. Haha. Aber wenn der jetzt noch ne. Äh. Ne Dings bekommt hier. So ne Schwäche Heilung. Und dann nochmal. So geheilt wird. Ist ja ja auch erstmal wieder. Einigermaßen noch ein Start. Ich hoffe jetzt ist nicht nochmal ein blauer da. Ne das ist ein ganz normaler. Weil hinter ist. Dahinter. Dahinter auf jeden Fall. Und wir müssen noch ein gutes Stück vorankämpfen. Vielleicht nochmal in die Stadt. Obwohl sie natürlich echt nur auf nahe Distanz gefährlich werden. Und wenn sie diesen Monster machen. Dann sind sie vielleicht auch noch blöd. Aber sonst. Gehen sie halt tatsächlich. Das ist hier so. Oh ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Die machen wir nicht. Dann müssen wir eh nachher auf die Insel. Und da werden hundertprozentig welche sein. Das sag ich jetzt schon mal. Gut. Zuerst auf die Roten würde ich sagen. Die hier auf keinen Fall ankommen. War das schon alles? War ein Doppellörer. Habt ihr gesehen? Ein klassischer Doppel. Hilfe. Nein. Aber im letzten Moment natürlich den nochmal zuschlagen. Das ist das. Wie ich das gerne mag. Müssen wir schnell zum Heiler. In der Stadt. Ab. Fahrt. Dann holen wir nochmal was zum snacken. Gehen nochmal ne Runde Wertzi. In das Wertzhaus. Und. Wie kann ich helfen? Geht um Fahrt des Lichts. Auf Wiedersehen. Ähm. Und dann. Seid willkommen. Das beste Essen. Guten Abend. Jo. Sehr nice. F-11 nochmal. Einen Speichli machen. Einen Speichern. Und dann. Einen Speichern. Einen Speichern. Und dann. Einen Speichern. Einen Speichern. Du haust uns jetzt nicht nochmal weg. Du haust uns garantiert nicht nochmal weg. Wieder einer weniger. Einen Speichern. Sehr geil. Das nehmen wir alles mit. Alles mit. Bap 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 bap. Nehmen wir alles mit. Dau. 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 Hälfte dem noch! Willst du mich komplett verarschen? Jetzt sollte er hier aber nicht mal ansatzweise ankommen. Ja, nice. Komm schon. What? Ich wusste, dass er einen noch umbringt. Ich wusste das. 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 Was warst du denn jetzt hier au... außen nirgends gut? Wie kommst du hier auf einmal angedackelt? Sag ich nur eins. No way. Dann würde ich nochmal steigen. Baron und Randa. Sollten eigentlich auch nicht mehr allzu viele... Ah, lädt mich am Arsch. Was liegt hier unten? Ach, ein scheiß Stab oder ein Speer oder... Wem soll das denn? Ganz nett, aber unnütz. Ein großartiger Speer. Ich hab mich wirklich gar nicht beschwert. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ist das auch alles klar? Alles klar. Ist das nicht alles klar hier? Wo ist denn die Rüstung? Ich habe keinen Platz. Ist okay. Keine Ahnung. Weiß nicht. Es hat sich gelohnt hier runter zu gehen. Würde ich mal jetzt ganz stark behaupten. Was für scheiß Viecher, ne? Das ist auch noch ein stärkerer, ne? Einigermaßen stark. Ich bin auch echt nicht mehr auf Nahkampf, ne? Wenn sie bei mir auf Nahkampf rankommen... Ich hau sie so schnell weg. Ich hau sie halt weg. Ich so schnell weg. Wem soll das denn nützen? Okay, jetzt noch einmal stärkerer. Wir gehen zuerst auf ihn. Und sie nimmt nochmal einen Stab mit, würde ich sagen. Hier. Feuer. Es ist halt alles Feuer, ne? Egal. Aber es ist trotzdem was. Ja. Und dann knallen wir da schön rauf da. Überhaupt nicht. Oh, mach weiter! Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Das war richtig knapp! Ich hoffe aber, das war nur ein normaler Treffer. So. Hier sollte ich den noch jetzt eigentlich wegbekommen, oder nicht? Ich denke mal schon. Ich denke mal schon. Also ein zumindest. Das wäre doch schon mal angebracht. Angebracht. Uh, das war ganz, ganz knapp, glaube ich. Schnell weg! Ja, jetzt den. Oh, der wird aber nichts mehr bevor er hier ist. Unerträglicher! Er wird nichts mehr bevor er hier ist. Das ist nie wach. Unerträglicher! Schmerz! Er ist wieder fast rauf gegangen. Sehr, sehr, sehr gut. Wie viel Aufladung hast du noch? 17. Packst du erst mal wieder in deine Zauberstab-Datenbank, wollte ich schon sagen. In deine Zauberstab-Sendung. Nämlich Hermine Cranger. Hermine. War das schon alles? Auch mal wieder gucken, ne? Super Filme. Kann ich mir immer wieder angucken. Immer wieder. Echt richtig gute Filme. Zum Teil. Ein paar. Ein paar sind manchmal nicht so interessant. Hier zum Beispiel in dem vorletzten. Super langweilig. Bis zum Ende passiert da nichts. Wirklich. Laufen da nur rum. Aber eigentlich sonst. Nicht so gut für jeden von dem Top. Niiiice. Und da hinten ist noch ein Roter. Den machen wir irgendwann später. Späti. Vergiftet. Ach du dicker Aal. Das ist alles wie ein Disco. Jetzt müssen wir noch die Insel da. Die Insel müssen wir noch machen jetzt. Und dafür machen wir den kleinen Schlafi. Nein. Was? 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 Ihr seid ja komplett live. Oh nein. Und du machst jetzt hier einen schönen. Und die anderen könnten ja eigentlich mal aufwachen jetzt so, ne? und die anderen sind nicht mal aufgewacht. Und das zu zweit und die anderen sind nicht mal aufgewacht. Wie's ist das? Eine. Jetzt können wir weiter Schlag machen. Speichert. Ich würde sagen, wir müssen uns jetzt komplett durchwappen. Das ist das. zumindestens auf die bogen als auf die fernwaffen ein feuer rauf schild mal anders just for fun dann schutz wo man hier auf jeden fall bewahrung könntest du eigentlich auch mal rein machen oder wie auch immer das heißt wasser wandel bräuch ich ja nicht sägen hellentum ist an muss doch auf feuer nach weitermachen du hast es noch nicht drauf ne du musstest das auf deiner waffe haben nein doch eigentlich muss es ja auf seinen bogen haben weggegeben nein nein egal ist ja kein problem spiegel speichert kannst du den einen stabler drin haben obwohl eigentlich ist das voll dumm dass sie das hat sie hat echt die beste fernkampf erfahrung so jetzt musst du noch wasser wandeln das ding ist wenn ich jetzt wüsste was dafür resistenzen brauchen weiß ja immer nicht genau durch was soll mich das jetzt beeindrucken aber kümmere ich auch nicht das irgendwo sehen kann ist das jetzt nicht soll mich das jetzt bei mir bringen dankeschön dass ihr mir hier alle zuhört weil du musst jetzt hier auf jeden fall halten das ist jetzt beeindruckt aber kümmere dich drum vielleicht dran kommen bitte das war nur ein kratzer kümmer dich drum also klar jetzt kannst du noch mal auf jeden fall jetzt musst du die wasser wandeln wieder an der darf uns halt auch nicht drauf gehen den einen haben wir doch jetzt aber weg noch elf ladungen hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich achte der werdet schon wieder weg verstanden die geht doch bestimmt aber kümmere dich drum ja auch gut dass die leichen hier leider verschwinden im wasser zwei rote hm nicht cool ich muss auf jeden fall jetzt jede runde ein heal raushauen denke ich mal soll mich das jetzt beeindrucken und von links da kann es auch keiner erwischen oh das ist zu viel was da reinkommt ne komm erstmal weg kein schaden reinhauen kein schaden reinhauen kein schaden reinhauen warte 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 jau ok puh das war knapp äh wir machen hier wieder den wasser wandel an so gut wie neu sonst seine rüstung ist wieder kaputt alles klar ich habe keinen platz die waffe finde ich halt top die sieht auch gut aus und so huch hier sind die schuhen ausgezogen so aber heldentum und so waffen trotzdem schutz gegen und bewahrung damit wir nicht aus versehen drauf gespeichert und jetzt ruft er auf die roten wir hatten auch schon die hälfte verloren ist da nur ein kratzer au nur ein kratzer könnten natürlich auch noch schnell auf den nahkampf ranzukommen könnten uns links nicht treffen nur ein kratzer vielleicht nicht ganz die schlechteste idee ist jetzt weg soll mich das jetzt beeindrucken da ne wir machen jetzt weiter hier au die kratzer dann müssen wir gucken dass jetzt nicht unser magier wieder drauf geht und wir untergehen au der könnte eigentlich auch gleich mal eine sauber machen schöne klinge machen wir gleich der ist ein bisschen wichtiger das stört mich natürlich nur ein kerzer soll mich das jetzt beeindrucken wie viele sind jetzt da hinter mir alle bügeln sie gerade auf mich rauf ne da lass uns erstmal kurz ein bisschen abhauen vielleicht da vorne zumindest aufs land kommen hier vielleicht hier ist ja immer noch drin war so klar dass sie vielleicht drauf geht soll mich das jetzt beeindrucken das soll gar nichts beeindrucken eigentlich da da wir haben es doch gleich komm schon ist weg ne ja nice erstmal weg jetzt und rasten uh die sind nun mal echt ein bisschen schwerer würde ich sagen einmal bitte ein Wasserwandel an ich glaube allerdings jetzt nur noch von den etwas schwächeren raren und halt wirklich auch nur paar Schüsse drauf ne und da auch ich bin nur mit Bogen drauf alles klar alles klar alles gut ist da auch alles gut yes jetzt gehen wir mal auf die insel rauf äh damit ich vielleicht auch ein bisschen loot von ihr bekommen nein aber wir gehen auf nack so soll mich das jetzt beeindrucken so ist zwar nur ein kratzer aber kümmere dich drum sauberer ist gleich futsch da ist zwar nur ein kratzer aber kümmere dich drum nur ein kratzer soll mich das jetzt beeindrucken soll mich das jetzt beeindrucken sehr 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 gut es sind noch zwei glaube ich da gehen wir auch auf nahkampf yes hau sie um hau sie um hau sie um oh da hinten ist auch noch einen hä tritt mich auch noch von da eh vor allen Dingen hat sie natürlich auch unsere wunderbar Klerikerin nur geholzt so gut wie neu ähm ich glaube jetzt gibt's ja aber tatsächlich gibt's haltes leid soll mich das jetzt beeindrucken nur ein kratzer nein oh 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 so soll mich das jetzt beeindrucken oh das was wir wollen wir wieder anmachen aber kümmere dich war knapp das ist tatsächlich mal unser krieger gestorben auch ne seltenheit würd ich mal sagen ja ja achso ja hier sollte ich halt die Statue aufpacken hab schon wieder vergessen was ich hier machen soll kann ich da eine andere Statue kann man da auch nicht aufpacken ne ne nice ähm dann würde ich jetzt sagen müssen wir nach forest auf jeden fall mal und da muss Speed und Abfahrt das Wandern ist das Müll das ist das Müll das ist das Müll das ist das Wandern das beim Wandern bekommt der Müll da los was bitte seid willkommen bitte guten Abend ich hätte gern mal hier so einen kleinen Schlaf ne jetzt bitte bring mich einfach nach forest yes sir genau das wollen wir sind wir hier sonst fertig so gut wie neu könnt ihr mal alles kenn ich nicht jetzt mal herrscht äh da passt nichts mehr rein auf jeden Fall erkennen was denn geht wem soll das denn nützen oh ah ne 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 das ist nicht so stark dachte ich erst das kann verkauft werden das nicht perfekt der kann verkauft werden der kann der kann alles klar warum machen die das jetzt eigentlich im Moment immer gefühlt one hit kaputt ach ich kann auch nicht alles wem soll das denn nützen kenn ich nicht das muss noch alles erkannt werden ist ja auch kein Problem hat ja noch da passt nichts mehr rein ganz nett wem soll das denn nützen äh das sind die Statuen Schlüssel so kannst du auch verkaufen das kannst du verkaufen das kannst du verkaufen noch irgendwas nö eigentlich nicht äh damit gehen wir mal zu dem Rüstungstypi hin mit dem Rüstungsdude die allerbesten Waffen die allerbesten Waffen ein Waffentyp natürlich auch das auch nicht immer Konkurrenten sind eigentlich nicht oder verkaufen wie kann ich euch helfen wie kann ich euch helfen äh das kann noch verkauft werden und der oh den kennst du auch schon hier oben kommt rein wie kann ich euch helfen kannst du mir helfen indem du ein paar Sachen verwendest war mir ein allerbesten Waffen war mir ein allerbesten Waffen danke und bis bald bitte bis danski und jetzt müssen wir nach Forrest guten Tag los geht's Abfahrt so hier müssen wir jetzt drei Sachen glaube ich machen zwei Quests und Meister in sechs Sinn werden und der ganzen äh hier wir sagen schnell äh ganzen Müllchen los Schriftrollen und sowas war der denn nochmal war überhaupt einer doch safer einer sehr ich bin mir sehr sicher zu erinnern dabei können wir ja auch mal nach dem sechsten sinnmeister gucken ketten experte ja ja los können wir alles die 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 Vielen Dank.